Einen wunderschönen guten Abend bei unserem Felser Stammtisch. Heute sind wir wieder hier die Basis, die Jessnan und ich. Ja, wir hoffen, dass euch der letzte Podcast auf jeden Fall gefallen hat zum Thema Ostern, unsere wilde Diskussion. Und die Jessnan und ich haben uns gedacht, wir hatten ja letztens den Podcast zum Thema... Ach stopp, ich muss noch unser Stammtischschild holen. Ei, 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 das Stammtischschild. Da hocken die, wo immer die hocken. Ja, hier ist unser Stammtischschild, das haben wir nämlich von der Jo gesponsort gekriegt. Das muss natürlich, darf nicht fehlen, sonst kommt gleich wieder der Anruf. Jenny, wo ist das Schild? Als Wirtschaftskind sowieso, ne? Ja, so auf jeden Fall. Wir hatten ja unseren Podcast gehabt zum Thema Pamela vs. Sophia und haben uns gedacht, das war ja so eher Schalimar, ihr Metier oder ihr Genre, nennen wir es mal so. Und ich bin eher so die Richtung Backen und Kochen, deswegen haben wir gedacht, wäre es doch praktisch Kiki vs. Sally. Rommelwirbel. Ja, dass das doch ein ganz cooles Thema wäre für den Donnerstagabend, wenn ihr diesen Podcast hört. Gert, Jessnan? Mhm. Ja, ich fasse mal allgemein vielleicht mal zusammen, wer ist Kiki, wer ist Sally, vielleicht mal allgemein für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Also die Kiki, ich glaube sie heißt Kiki Ahrweiler, wenn mich denn alles täuscht, ist eine Back- und Kochbloggerin, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Influencerin. Unter anderem backt sie für Kaufland. Also sie kreiert Rezepte für Kaufland und auf dem Kaufland-YouTube-Kanal kann man sich diese Rezepte anschauen. Sie bewirbt somit natürlich auch die Carcassik-Produkte und man kann aber auch, sie hat ihre eigenen Produkte auch und man kann zum Beispiel ihr seit Neuestem ihre Tortenböden bei Kaufland kaufen. Die werden bei Kuchenmeister hergestellt, aber ihre Haselnusscreme, der ist ja auch ganz bekannt geworden, ich glaube vor zwei Jahren oder so, die kann man auch bei Kaufland zum Beispiel kaufen. Und die Kiki war schon immer Kaufland-Influencerin, nenne ich es jetzt einfach mal Back-Influencerin. Und die Kiki ist Türkin und verheiratet mit dem Hamza. Der Hamza ist Palästinenser und die haben gestartet, wirklich in der Küche von den Eltern von der Kiki, also die kennen sich aus der Schulzeit, beide sind zusammen zur Schule gegangen und als die auch noch nicht verheiratet waren, haben die schon quasi, also haben die hobbymäßig einfach damit angefangen. Ich glaube, die haben auch beide in der Tankstelle gejobbt, wenn mich nicht alles täuscht und auch mal in einer Firma gearbeitet, also in einer Fabrik. Und die Kiki hat eben gebacken und der Hamza hat das Ganze gefilmt, also so kann man sich das vorstellen. Und die Mutter von der Kiki hatte ein Kaffee, deswegen hat die Kiki so die Leidenschaft zu Kuchen, weil die Mutter eben in der Kindheit von der Kiki ein Kaffee hatte. Und ja, auf jeden Fall haben die in der Küche angefangen von ihren Eltern, man kann das auch bei alten Videos sehen, zum Beispiel gibt es ein Rezept, das mag ich total gerne und zwar ist es, die Benjamin Blümchentorte von Kopenrad und Wiese hat die nachgebacken und ich backe die auch immer zu meinem Geburtstag nach, weil bei mir gab es die nicht, weil bei meiner, bei mir in der Familie wurde immer frisch gebacken, ich weiß nicht, bei dir bestimmt auch schon immer, oder? Ja, aber ich wollte immer so... Also doch, die Benjamin Blümchentorte habe ich schon gekriegt, aber eigentlich dann so als Zusatz oder so, also jetzt nicht als Haupt. Ich habe die nicht gekriegt, meine Oma hat gesagt, also Sam, Oma, stell doch keinen tiefgefrorenen Kram durch, aber weil ich dann alt genug war, so mit 18 oder so 20, habe ich mir dann selber mal gekauft und mochte die halt total gerne und deswegen backe ich sie mir jetzt als nach dem Rezept von der Kiki, was wirklich noch ein ganz altes Rezept ist, was sie wie gesagt in der Küche von ihren Eltern gemacht hat. Kiki und Hamza haben geheiratet, ich glaube, das ist auch noch gar nicht so lange her, wenn mich das alles täuscht, vielleicht vier Jahre oder so und haben dann in ihrer Küche, also sie backen auch nach wie vor in der Wohnung, diese haben in der Küche, aber seitdem ist viel passiert. Also erstens haben die einen Online-Shop gegründet, das heißt, sie hat ihre eigenen Produkte, also ihre eigenen Backutensilien hat sie auf jeden Fall und ihr eigenes Geschirr und alles, was so Pfannen, was so zum Backen und Kochen dazukhört, aber sie hat auch ihre eigenen Lebensmittelprodukte, also Gewürze, aber sehr bekannt ist die Kiki einfach durch ihre ganzen Cremes, also es hat angefangen mit der Haselnusscreme und die hat mittlerweile, ich weiß gar nicht, Haselnusscreme, Pistaziencreme, weiße Schokoladecreme, Schokocreme, Krokuscreme, Milkjoycreme, die schmeckt so wie das Innere vom Kinderriegel, dann hat sie so eine Erdbeercreme, das schmeckt so ein bisschen wie Joghurt, das soll das schmecken oder schmeckt es, Kokoscreme habe ich glaube ich schon gesagt, dann hat sie so eine Spekulatiuscreme, das schmeckt so wie die Lotuskekse, Salted Caramelcreme, also wirklich so. Für was braucht man diese Creme? Also die backt viel damit, also viele Rezepte von ihr, da backt man damit. Kommt das dann in die Sahne und so? Genau, für die Füllung, aber für Brotzuschmierer auch einfach. Also weißt du, so wie Nutella halt, ne? Ja, aber ist da viel Zucker drin? Ja, schon. Also die sagen halt, es ist kein Palmöl, Palmfett ist nicht drin, auf jeden Fall. Es ist die gesündere Variante, weil sie hat auch Pistazie-Mousse, gibt's ja auch, ne? Das ist jo gesünder, aber... Sehe ich nicht ganz so blass, obwohl die immer noch blass. Also durch die Cremes ist halt super bekannt geworden. Jetzt zum Ramadan bietet sie auch, hat sie Ramadan-Kalender angeboten und zwar waren das Pralinen, gefüllt mit diesen Cremes oder mit vier verschiedenen Cremes, wo du dann im Kalender aufmachen konntest. Aber das war bestimmt lecker. Ja, ich denke schon. Hast du so einer geholt? Ne, ach Gott, ne. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall. Genau, also die Cremes ist sie sehr bekannt mit und ihr Schwarzkümmelöl. Also für das wirbt sie halt auch immer so, keine Ahnung, man soll so einen Esslöffel Schwarzkümmelöl essen und das ist halt gut fürs Immunsystem und so weiter. Also das ist, glaube ich, auch ein bekannter Artikel von ihr. Und wie gesagt, halt die ganzen Back- und Kochrezepte, die sie halt hat auf ihrem YouTube-Kanal. Sie ist YouTuberin. Wie gesagt, wirbt aber auch auf dem Kaufland-Kanal. Und hat dann vor zwei Jahren, ich glaube 2022, auch ihr eigenes Café in Bochum im Ruhrpark eröffnet und ihr eigener Shop. Aber im Vergleich zu der Sally ist der Shop wirklich mini, wo sie halt die Sache drin hat und vor dem Shop ist quasi das Café. Und bei ihr ist halt ganz bekannt das San Sebastian Cheesecake, würde ich behaupten, hat sie in Deutschland bekannt gemacht. Kennst du denn San Sebastian Cheesecake? Das ist ein Käsekuchen aus Istanbul. Ich glaube, original isst man den vom Galatasar-Turm. Ich war selber noch nicht in Istanbul. Das ist jetzt nur so, was ich so mitgekriegt habe. Und zwar ist das ein Käsekuchen. Der ist verbrannt. Also so ist der auch entstanden, ja. Also der ist quasi auch so backstunden, bis der, also der ist nicht wirklich verbrannt, aber der ist ganz dunkel außen. Aber inne hat er einen ganz flüssigen Kern. Also wenn du mit dem Löffel so durchgehst, dann ist es so ein bisschen wie Eis. Also kommt super viel Sahne rein. Ich muss sagen, ich habe den Emo gemacht und mir hat er nicht so geschmeckt. Ich müsste ihn vielleicht noch einmal machen. Und der ist halt so, also ich finde, die Kiki hat den in Deutschland bekannt gemacht. Seitdem macht das gefühlt jeder, beziehungsweise auch viele türkische Geschäfte, wo du das dann kaufen kannst. Und bei ihr im Kaffee, die kippt dann halt so eine Creme noch drüber, wie du willst. Also sie hat verschiedene San Sebastian Cheesecakes, die klassische. Aber dann bietet sie halt, ach, mit Pistazie, mit Erdbeer, keine Ahnung was. Und du kannst noch so eine Creme dir drüber kippen. Also das ist halt so einer der bekanntesten Artikel bei ihr. Dann bietet die noch so, ja, wie soll ich das nennen? Das ist wie so Mini-Berliner, so kleine Bälle. Aber ich glaube, es ist auf keinen Fall Hefeteig. Ich glaube, es ist so ein Brandteig. Und der ist gefüllt auch mit deinen Cremes. Also kannst du dir aussuchen, mit was die Kugel so gefüllt sein soll. Und dann kommt da auch noch so Creme drüber. Seit neuestem, glaube ich, hat sie auch Macarons, die sie verkauft. Also die Sache kannst du so im Kaffee und verschiedene Getränke halt. Wischst du, dann halt so Latte Macchiato mit irgendeinem, ach, mit der Creme, glaube ich, keine Ahnung. Ach, so fancy Sachen. Ja, also mittlerweile hat die, glaube ich, über 100 Mitarbeiter, also welche, die im Kaffee schaffen, die in einem Shop arbeiten, aber halt auch im Lager, durch den Riesenlager, durch ihren Online-Shop. Also hat sie schon mega, haben die zwei sich wirklich was erarbeitet, muss man sagen. Also ich selber war schon in dem Kaffee und in dem Shop. Also, ist das schlecht. Ob man jetzt wirklich von uns aus durch Hie fahren muss, ist die Anna froh, weil das ist halt echt schon drei, vier Stunden Fahrt, aber es ist schön. Der Sender an sich ist auch schön und ich finde es halt ganz gut, genau. Also soviel zum Thema Kiki. Ich weiß gar nicht, kennst du die Kiki? Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich von der Kiki mal was gekocht, gebacken habe oder von der Sally. Aber ich glaube, es war die Kiki. Ja, also... Also Brownies, glaube ich. Das kann sein, ja. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Okay, dann das mal als allgemein zu der Kiki. Und jetzt komme ich mal zu der Sally. Ich glaube, über die wischst du auch mehr. Ähm... Außer der Backshop, weißt du jetzt nichts. Okay. Also, die Sally ist auch Türkin. Ähm... Die Sally... Ich glaube, die heißt Öztürk oder Hot Öztürk. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt die Sally von der Nähe von Mannheim. Also, die haben in Waaghäusl ihr Haus. Und ich glaube, die kommen auch beide aus Waaghäusl. Also, die Sally war verheiratet mit dem, ähm, Murat. Ich glaube, die Story kennt jeder jetzt, dass die Geschiedes sind. Also, das ist so durch die Presse gegangen, dass die Sally sich vor Murat getrennt hat. Vor kurzem auch erst. Die haben zwei Mädels. Ähm... Die Sally ist eigentlich Lehrerin. Also, sie hat Lehramt studiert und hat, glaube ich, auch ihr Referendariat gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und Murat war Handwerker. Und die hat auch in ihrer Küche, in der Wohnung, glaube ich, in ihrer Elternzeit, weil die war während dem Studium schon schwanger. Und ich glaube, die hat in ihrer Elternzeit quasi auch in der Küche angefangen zu backe. Es gibt auch eine ganz bekannte Story, dass sie halt auf dem YouTube-Kanal einfach angefangen hat zu backe und hat dann immer mehr Follower gekriegt. Der Murat hat es gar nicht verstanden. Er hat gesagt, ach, Samu, hör doch auf. Weil, klar, backe kostet ja auch Geld. Die war Studentin. Er musste die Familie ernähren. Die hatten jetzt nicht so mega das Geld halt. Und er hat halt immer gesagt, ach, hör doch auf, so viel zu backe. Das kann kein Mensch essen. Das kostet auch alles viel Geld. Und irgendwann wurde die halt immer größer, dass zum Beispiel eine große Margarine-Hersteller, bei denen er auch gefragt hat, ob die Sally mit der Margarine backen würde und dafür werben würde und hat denne einen sechsstelligen Betrag. Also haben die Dere dafür auch gebote. Und sie hat gesagt, nein, das macht sie nicht, weil sie beckt nicht Margarine, sie beckt nur mit Butter. Aber da hat quasi der Murat, er schon mal das Ausmaß, erkannt, was die Do eigentlich erschaffen hat. Und dann hat er es quasi auch so für Ernst genommen. Auf jeden Fall haben die dann sich, ich weiß nicht, wie viele Millionen Haus gebaut in Waghäusl. Also es ist quasi ein Haus, wo das eigene Filmstudio drin ist, wo dann auch eine Wohnung für ihre Eltern drin war. Das kann man alles bei YouTube sehen. Da haben die das alles begleitet und bewertet und weiß ich nicht was. Und nicht nur das, die haben dann Silicon Valley auch gebaut. Das heißt, die haben dort ihre eigene Fabrik, ihre eigene Mitarbeiter, Azubis, BA-Studente, weil die machen dort Produktentwicklung, Werbung, alles Mögliche. Die haben also nicht nur ihre eigene Koch- und Backutensilie. Also es gibt was, weiß ich, es gibt Töpfe, also so Emaille-Geschirr ist ganz bekannt von der Sally. Dann hat die auch ihr eigenes Guss-Eiserne-Topf-Linie. Der Murat hat sein eigenes Schneidebrett und sein eigenes Messer aus der Mast und was weiß ich alles. Also das ist schon sehr bekannt. Aber natürlich hat... Bei uns in Mannheim ist dann auch ein Shop davon. Genau, bei euch in Mannheim ist ein Riesenshop. Der ist ja wirklich riesig. Also die Kiki, ihren Shop ist vielleicht nicht immer ein Viertel davon, glaube ich. Da hat sie auch so eine riesige KitchenAid-Wand. Also sie wird ja auch von KitchenAid gesponsort, wo du dort bestellen kannst. Ja, die hat in allen Farben. Genau. Und die Sally wurde bekannt durch Globus. Also sie war erst mal eine Globus-Influencerin. Ich weiß, dass sie sogar Achmo und Grünschert im Globus gebacken hat, wo du hingehen konntest und konntest zugucken. Also ich war dort... Damals kannte ich die noch nicht, aber meine Mutter hat mir das erzählt. Und ja, auf jeden Fall ist sie aber mittlerweile bei Lidl. Also sie kocht und bäckt jetzt für Lidl. Und es gab auch zu Weihnachten, glaube ich, ein Backbuch. Das hat meine Mutter nämlich geschenkt. Das konnte man irgendwie bei Lidl kriegen, wenn man irgendwie kostenlos, glaube ich, muss irgendwie was kaufeln, keine Ahnung, hat man dieses Backbuch von ihr gekriegt. Sie hat auch ihre eigene Produkte. Also zum Beispiel ihr... Ich glaube, bei ihr ist was ganz Bekanntes die Tonka-Paste. Die hat so eine Paste aus Tonka-Bohne, das ist bei ihr sehr bekannt. Aber die hat acht halt dieses Bonbon, Vanille, ne? Also sie hat ziemlich viele eigene Produkte. Es gibt sogar Hitchies in Sally Edition. Da ist dann Tonka-Bohne-Geschmack und Vanille-Geschmack-Stäbcher drin und Waldbeere und Beere. Also wenn du bei ihr im Shop einkaufst oder bei ihr im Online-Shop bestellst, kriegst du oftmals so eine Tüte dazu geschenkt. Die lebt auch so die Philosophie, dass nichts weggeschmissen wird. Das heißt, oftmals kriege ich bei der Bestellung so ein Produkt mit dazu geschenkt, was kurz vorm Ablaufe ist. Also ich habe zum Beispiel... Habe ich auch schon geschenkt bekommen, ja. Ja, so eine Tonka-Paste hatte ich halt immer dabei gehabt, ne? Zum Beispiel. Genau, also sie macht ja acht Koch- und Backvideos, aber sie hat auch eine eigene Produktlinie für Kinder beziehungsweise auch Erwachsenenkleidung. Die hieß irgendwas mit Manika oder so. Dann hat sie noch eine eigene Linie mit Gartenprodukten, wo die halt irgendwie so Gartenutensilie haben, aber ich glaube auch sogar Pflanze. Da bin ich mir mal nicht so ganz sicher und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die Marke heißt. Also sie haben schon verschiedene Sachen, was in diesem Silicon Valley, also das ist ja halt so dieses Firmengebäude, sag ich mal, ne? Wo die dann halt so drin haben und wo die halt super viel wirklich, ja, Produkt entwickeln und sonst was. Ja, ich glaube so, dass bekanntlich in letzter Zeit war, dass sie bei Let's Dance war. Also da hat sie auch mitgemacht, ne? Dadurch wurde sie halt auch ziemlich bekannt. Aber sie ist halt, ich glaube schon, dass sie die bekannteste YouTube-Bäckerin ist. Also sie hat auch eine eigene App. Da kannst du dir die Rezepte noch mal angucken und kannst aber auch zum Shop wechseln, ne? Die Kiki hat jetzt ganz neu ihre App erst gelauncht. Da kannst du aber nur einkaufen auf der Kiki ihre App. Das ist, glaube ich, seit ungefähr acht Wochen oder vielleicht auch länger. Ich weiß es gar nicht. Ja, die Sally allerdings zum Beispiel hat auch einen Adventskalender. Also sie hat keinen Ramadan-Kalender, aber sie hat einen Adventskalender gehabt. Den hatte ich und der war echt sehr gut. Also ich muss sagen, also hätte ich nicht gedacht, kann man empfehle. Also waren echt Produkte drin. Also ich meine, der war recht teuer. Ich habe ihn im Vorverkauf gekauft, glaube ich, für 200 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es waren wirklich Produkte drin im Wert von mindestens 500, 600 Euro, muss man wirklich sagen. Also alles Originalgröße. Also wirklich von einem Kochlöffel über eine Kochschürze. Und du kannst ja auch im Shop sehen, was die Sachen kosten. Also das waren wirklich... Und es waren auch neue Produkte drin, die noch gar nicht auf dem Markt sind, weil die Teste wollten, ob sie das dann überhaupt rausbringen quasi. Also ich muss sagen, das hat sich echt gelohnt, der hier Adventskalender. Also ich sage mal so, ich empfinde es so, dass die Sally zwar, also sie ist Türkin, um Gottes Wille, und die spricht auch türkisch und alles Mögliche. Aber ich finde, sie ist schon so ein bisschen europäischer in dem Sinn, dass die Balletsdance mitmacht, dass die halt so einen Adventskalender hat und so. Ach, mit Alkohol zum Beispiel, tut die Backe und so. Und die Kiki ist halt schon eher so klassisch türkisch. Also die hat da einen Ramadan-Kalender, die macht auch nichts mit Alkohol. Also alles so konform. Also ich würde schon sagen, das ist so ein bisschen der Unterschied dazu. Ich persönlich muss sagen, ich backe lieber nach Kikis Rezept, obwohl ich von der Sally auch schon gemacht habe. Keine Ahnung, weil ich mit der Kiki angefangen habe und du besser mit zurechtkommst, wie das halt aufgebaut ist. Bei der Kiki ist es halt so, es steht in der Beschreibung immer die Zutate drin und du hörst halt das Video, um zu wissen, was hast du zu machen und siehst irgendwo aber auch, wie viel Grad musst du zum Beispiel Backofen einstellen. Aber sie schreibt in der Beschreibung schon, wie groß ist der Backrahmen, welche Zutate und so weiter. Bei der Sally kannst du das in der App, du kannst dann in der App nachlesen, also wie das Rezept funktioniert, ohne dass du das Video auch siehst und hast auch die Backzutate, was bei ihr halt auch gut ist. Du kannst sogar die Anzahl von, also wie sagt man, wenn du jetzt ein Dessert machst, kannst du die Anzahl von der Person, wo du von essen können, erhöhen und es rechnet sich dann automatisch auch die Zutate aus. Das ist natürlich auch besser. Aber ich glaube, ja, also die machen schon auch so ähnliche Sachen. Wenn die Ann macht, dann vielleicht zuerst das San Sebastian und dann macht es die nachher und umgekehrt. Also ich meine, ich habe das nie so verfolgt, wer jetzt was zuerst hatte. Aber ich muss sagen, irgendwie war ich, ich weiß nicht, wie ich auf die Kiki gekommen bin, aber irgendwie bin ich bei der irgendwie so ein bisschen hängengeblüffelt. Aber ja. Aber ich meine, du kannst ja auch mal sagen, ob du die kennst, was du davon hältst oder? Ja, also ich kenne die auch gar nicht die Zwege. Also ja, von Erzählungen von dir. Ich habe, glaube ich, auch mal ein Rezept was noch gemacht oder was noch geschaut, glaube ich, aber jetzt großartig, dass ich da jetzt was gemacht habe. Bei der Sally in dem Backshop, ja, da habe ich jetzt schon mal was gekauft, weil die hat rosa eine Dinge gehabt und deswegen hat sich das angeboten. Aber ansonsten, dass ich da jetzt extra zu der Sally oder so gehen muss, das ist jetzt nett. Es war halt nur wegen der Farbe. Ja. Ja. Aber so großartig kann ich da jetzt eigentlich auch wirklich also, keine Ahnung. Also klar, ich finde so, wenn die so, ich kann, ja gut, ich habe halt auch den Backofer und so nicht dazu, denke ich. Sonst könnte ich das, aber ich habe auch nicht so das Interesse, ganz ehrlich gesagt. Ja, das muss man haben, um Gottes Willen. Also weil ich, aber bis ich das dann alles zusammengekauft habe und das brauche ich noch, da habe ich schon keine Lust mehr. Doro, ich bin so ganz einfach Brownies, Cookies, Muffins, Zitronekuchen, fertig, das war es. Ja, reicht schon im Prinzip. Oder anstatt Zitronekuchen, dann, wenn du da statt Zitrone tust, dann halt Vanille, nein, oder so diese Paste, oder sowieso das Grundrezept mit Vanille. Dann mache ich noch einen Braun und dann habe ich ja, ja, na, Marmor. Sowas, aber nee, ich bin doch eher so von der schnellen Truppe, ich habe doch keinen Bock, so lange da rumzumachen und so wie du. Also, ich finde es immer schade, das zu sehen und es schmeckt auch so gut, wenn du das machst. Aber ich selber, ich habe doch gar nicht die Geduld dafür. Also, ich habe ja auch Amos und Kuchen gemacht. Ich finde, also der von meinem Geburtstag, der war auch gut, aber der ist ein bisschen zusammengefallen, warum auch immer. Aber es ist halt so schlimm. Ach, ja, ja, aber dass ich da jetzt Lust habe, großartig was zu machen. Nee, wenn das dann so schnelle Rezepte sind, wische, dass ich da vielleicht irgendwas mit ein bisschen Gelatine auch rühren muss, dass das dann hat wird, beim, im Kielschrank, das wunderbar, aber alles, was ich da stundenlang da hin und her und noch dreimal rollen raus und so, da habe ich schon keine Lust. Wobei man sagen muss, die Schalima, eigentlich liegt es in deine Gene, ne? Deine Mutter hat Kaffee und die hat gigantische Torte, was die alles backt, ne? Also wirklich so die Klassiker, ne? Aber wirklich, die schmecken richtig, richtig gut. Ja, aber so, also ich bin wirklich kein Typ. Ich bin eher so, also richtig blöd eigentlich, aber ich glaube, ich bin so der typische Typ für, ja, so Blechsache, Brownies, Muffin, du könntest mich auch ewig drauf künstler und so, aber eine Torte, da habe ich schon kein Bock. Aber das ist auch schon wieder dieses riesige und ich mag ja auch lieber so kleine Sachen. Donuts, so Sachen, du könntest stundenlang drauf hocken, da macht man auch gar nichts aus oder so kleine Donutsbacke oder so ein Kram. Aber du, sowas, oh ne, Torte, mh, bin ich raus. Ja, also ich muss dazu sagen, mh, also ich war früher auch nicht so der Typ, aber für mich war das während Corona, muss ich sagen, heute ist erst so richtig angefangen, weil, ich meine, nee, stopp, 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 da hast du von extrem in hyper-extrem umgeschaltet. Ja, und zwar kann man das wirklich so sagen, war das so, dass man ja halt nicht weg durft und wir sind ja echt viermal im Jahr in den Urlaub gefahren und ich habe dann wirklich entschieden, da man jetzt nicht in Urlaub können, könnte ich mir doch KitchenAid gönne, ja. Und ich muss wirklich dazu sagen, wenn man das Equipment hat, dann macht es halt auch mega Spaß, weil es halt auch mega erleichtert, weil vorher hatte ich eine Küchenmaschine von meiner Mutter und das muss man sich so vorstellen, das war ein Handrührgerät und dieses Handrührgerät hatte eine Halterung, auf die hat man das draufgestellt und ohne war Schüssel und mit Hand hat man diese Schüssel gedreht quasi. Ne? Ja. Wow. ja, das war wirklich eine Katastrophe und das Ding ist, da habe ich halt auch immer nur so Klassiker eigentlich gebacken, die ich selber gerne esse, wie zum Beispiel die Karottetorte von meiner Oma, das ist ein absolutes Highlight, aber da musst du halt 15 Minuten die Karotte rühren mit dem Eigelb und das halt mit der Hand ist super scheiße. Wenn man das natürlich mit einer Küchenmaschine einfach die Eier ureigibt und die Maschine macht das, ist es natürlich super gut und das hat dann natürlich dazu geführt, als ich die KitchenAid gekauft habe, dass ich gesagt habe, das muss ich natürlich rentiert haben, aber dass ich halt einfach auch mehr gemacht habe, weil es natürlich einfacher ist und ich habe mir natürlich dann auch im Laufe der Zeit immer mehr Equipment gekauft, aber das war halt auch wirklich erst so, zur Corona-Zeit hat es halt angefangen, weil, ja, wie gesagt, man konnte ja wirklich fast kaum in den Urlaub gehen und dementsprechend hatten wir massig Budget, sage ich mal, übrig, weil, wie gesagt, wir waren vier Momior, USA, Asien und weiß der Kuckuck und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann hole ich mir jetzt halt mal so ein paar Sachen und auch so ein paar Sachen ist eine ganze Schrankfolgewoche gefühlt, ja, aber da ist halt so für mich so die Backleidenschaft entstanden und ich habe mir wirklich dann so, halt wirklich von, fast alles von der Kiki habe ich wirklich schon mal gebacken, also auch bis heute, wenn die Rezepte rausbringt, dann schiebe ich mir die auf meine Playlist bei YouTube und dann, wenn es halt Gelegenheiten gibt, dass jemand Geburtstag hat oder so, dann denke ich, okay, das würde jetzt passen, backe ich mal dies, backe ich mal das, ne, also, ja, seltenst, also früher habe ich sogar selten etwas doppelt gebacken, weil ich wollte halt immer was Neues ausprobiere, heutzutage ist es natürlich so, es gibt ein paar Highlights und die backe ich dann auch immer, ja. Ja, mir hat es ja doch auch doppelt gebacken, das war der Kinder Country. Kinder Country, Aber weißt du, was ich auch geil finde, nur muss so als kleiner Hint, ne, weil du doch von deiner ganzen Cremes so gebabbelt hast, so eine Kinder Bueno, hast du nicht schon mal so ehrlich gemacht, aber du kannten wir doch, du hast mir erzählt, du hast schon mal ehrlich gemacht, aber du kannten wir uns noch nicht. Ja, das stimmt. Die hatte ich glaube ich mal für die Doma oder so, hast du mir erzählt gemacht. Ja, Ja, aber die Kinder Country Torte war ja eigentlich auch für die Doma, aber ich fand die so geil, dass die Jenny mir die zum Geburtstag gemacht hat, weil ich mir die so gewünscht habe, weil ich habe die, ah, ich weiß dir, wenn du die bringst, ich sage es so, gut, da jetzt den halben Kuchen, weil wir hatten ja noch einen halben, dann habe ich alle Entfressen. Ja, das stimmt. Aber man hat es dann auch gesehen auf meine Hüfte, aber trotzdem, oh, das ist so geil. Ja, ja, also mittlerweile, wie gesagt, gibt es schon Sachen, wo ich sage, also mache ich doppelt. Gut, aber der Kinder Country ist ja halt auch voll teuer. Ja, gut. Weil du musst ja auch so rumalend schon die Dinger. Ja, das ist Max-Opetrof und so. Aber schau dir mal, egal welche Tortobaksch heutzutage, ist teuer. Ja, okay. Ja, gut, aber wenn du so noch so Extra-Zutate, wie jetzt zum Beispiel als Verzierung, so Kinder-Countries, du brauchst die zwei Päckscher. Das sind ja allein schon 5, 6 Euro. das stimmt. Oder wie viel ist denn das jetzt? 8 oder so? Ich weiß gar nicht. 3, 4 Euro kosten die Dinger doch bestimmt. Ja, das stimmt schon. Heutzutage, es ist wirklich, muss man sagen, teures Hobby, weil, also wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt so 3-stöckige Torte gebacken für einen runden Geburtstag von meinem Vater und da waren wirklich allein die Back, nur die Backzutaten waren schon 100 Euro. Also ohne, dass ich jetzt eine Kerz gerechnet habe, die nur noch draufkommt oder so, ne? Also, das war schon, naja, die Eier, Butter, Mehl, das kostet alles einen Arsch voll Geld. Oftmals bei der Kiki kommt halt viel mit so Frischkäse oder noch eine Ganache oder sonst was, ne? Und das geht dann halt so richtig, sage ich mal, dann ins Geld, aber, ja, ich sage mal so, für mich ist halt so das Backe, für mich war es so einfach so Abschalte. Weißt du, so wie andere sagen, die gehen in den Sport, war für mich halt so, ich backe, weil ich einfach dann das Video anmache, gucke mir das an und kann wirklich so den Kopf abschalten und einfach backe und ich sehe halt auch Ergebnisse nur, ne? Also es ist halt wirklich, was du machst das und sehe schon halt das Ergebnis und das hat mir halt, ähm, Dutra super gut gefallen und, ja, ich finde, die Kiki hat halt auch immer so Schäne-Torte, so wie die, wo ich zur Weihnachtsfeier gemacht hatte mit diesem Marshmallow außenrum, ne? Also das war ja krass, das war ja ein Cookie-Boden, dann a Brownie-Füllung und ob und drüber dieses Marshmallow-Fluff-Argots steckt mit dem Nunse-Brenner. ich konnte sie nicht probieren, der Angela hat meins mitgegessen. Was hat er gesagt? Wie fand er sie? Ja, sonst hätte er sie ja noch mitgegessen. Also das war, also und die hat halt immer solche Sachen, wo ich halt denke, oder wie du sagst, das Kinder-Country-Torte oder Kinder-Pinguin-Torte oder sowas, ne? Halt so coole Sachen, die mir halt richtig gut gefallen und ich sag mal so, natürlich macht die dann auch so, hier brauchst du hier Pistazekreme, hier brauchst du hier Erdbeerkreme, klar, die will die Eigenkram verkaufen, aber es sind jetzt nicht so super spezielle Sachen. Also zum Beispiel, ich weiß, wie die ihren Biskuit-Bode macht, ich kann das schon auswendig, das Rezept, wisch, also irgendwann wiederholen sich viele Dinge auch, ne, wenn du es schon lang machst, aber, ja, also wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum ich bei der Kiki hängegeblüffelt bin, ich muss ehrlich dazu sagen, ich kann, ich hab echt gedacht, die Sally wäre eine Deutsche, also ich hab wirklich erst so vor zwei oder drei Jahren erst immer so ein YouTube-Video bewusst geguckt und dann mitgekriegt, ach, okay, krass, die ist ja auch Türkin, ne? Und ich wusste zwar, die hatten einen Shop in Mannheim, aber ich war bis dato dort auch nicht, ich meine, jetzt war ich natürlich schon, immer dort mit meiner Mama dann auch, weil die ist natürlich auch so Fan. Von der Sally? Mhm, ja. Die mag halt die Sally und ich hab von ihr jetzt auch an Ostern, hatte ich jetzt so Eierlikör-Tiramisu gemacht, das war, hat aussehen wie so eine Blumenwiese, ne, also offen war das halt so grün mit so, ähm, Obladeblume drauf, also wie so eine Blumenwiese und ich hatte so Osternester, das waren so Baiser-Nester mit so einer Füllung und mit Schädel-Gurier-Eier. Ja, hab ich gesehen. Ja, also das war zum Beispiel von der Sally, aber was anderes, muss ich ehrlich zugeben, hab ich von der Sally noch nicht gemacht, wie diese zwei Desserts, ähm, aber das soll jetzt gar nicht irgendwie eine Wertung sein, weil irgendwie komm ich halt immer automatisch auf die Kiki oder man hat hier natürlich auch das, weiß, dass man halt Klassiker bäckt, ne, also zum Beispiel mein Opa, der mag halt klassisch so Frankfurter Kranz oder Schwarzwälder Kirschtort, ne, oder jetzt zu Ostern hatte man ganz klassisch Eierlikör-Tort und, ähm, Karottetort, das waren alles Rezepte von meiner Oma, ne, ich meine, das ist wie bei deiner Mutter auch, ne, die hat bestimmt auch so ihr Zehrezepte, wo sie immer macht, also zum Beispiel bei meiner Mutter liebe ich voll den Bienenstich, den esse ich so gern. Mhm, ja. Das ist der einzigste Kuchen, wo ich gern esse, oder Rotweilkuchen esse ich noch gern, weil ich bin nicht so, na gut, Eierlik, also, ich sag mal so, ich bin dann doch eher so, also, also Torte ist nicht so mein Fall, das ist mir too much mit dem ganzen Sahne gedönst und so, da wird man es zu schlecht, ne, also wenn dann so ein Eierlikär, wo dann so halb-halb oder so ist das, ja, aber so komplett Sahne und oben und unten so einen Boden nicht, das ist mir so viel. Ehrlich? Weil meine Mutter macht ja auch Schokosahne und so, aber das ist mir too much, ne. Also zum Beispiel die Jasse, ne, die esst für ihr Leben gern Kuchen. Also ich meine, die esst für ihr Leben gern, sowieso süß, aber die esst für ihr Leben gern nach Kuchen, aber bei derer muss immer die Creme mehr sein wie die Bode, sonst will sie das nicht. Sonst ist derer das zu drucken. Ja, also, ja, ich sag mal so, wenn das jetzt so, wie bei mir ist, an meinem Geburtstag, das so innendrin mit diesem Gelatine, das war ja dann so fester, bist du hier geworden, so Creme. Wenn das sowas ist, dann ja, wenn das aber Sahne ist, wie in der Käsesahne, das ist nicht meins, das mag ich nicht. Nee. Echt? Das ist mal so viel. Ja. Aber weißt du, das ist wahrscheinlich, ach, du bist im Kaffee groß geworden, ne? Deine Mutter hat halt, du hast halt immer diese Kuchen. Ja, aber nee, ich stehe auch nicht auf Sahne. Nee, als Kind auch schon nicht. Nee, ich esse ja kein Spaghetti-Eis mit Sahne ohne drin. Was? Das ist das Beste? Nee. Ehrlich nicht. Also, ich esse Spaghetti-Eis nur wegen der Sahne. Also, ich persönlich bin, ach, kein Sahne-Fan. du wirst ja nicht bei mir erleben, Okay, ich sag mal so, die erste Schicht, die wird ja so ein bisschen hartbröckelig. Ja, deswegen. Ja, aber das ist ja nur die erste Schicht und dann ohne drunter ist es ja, dann nehme ich so, no way. Deswegen. Ja, ich lieb's wegen der Rahatteschicht. Ja, genau, das geht noch, aber alles andere ist dann, das mag ich nicht. Oder wenn dann Opof so eine Eissahne ist. Nee, das mag ich auch nicht so. Das ist mein Fall. Nee. Das mag ich jetzt auch nicht so. Also, oder zum Beispiel ein Cappuccino mit Sahne oder so, du musst dich Bock haben, weil ich trinke das mal. Nee. Aber, nee, also das trinke ich nicht. Oder so heiße Schokolade mit Sahne. Also, dann eher Milchschaum. Wie Sahne. Stehe ich auch nicht drauf. Ja gut, ich trinke meinen Kaffee eigentlich schwarz. Also, ich kann auch nichts daran abgewinnen, dass viele Leute dann so Latte Macchiato oder so trinken. Das schmeckt mir gar nicht. Ja doch, aber bei mir war es halt vorher auch so, dass ich nur Milchkaffee oder Latte Macchiato oder so, ja. Also, wenn ich Kaffee trinke, wenn ich Kaffee schmecke, deswegen schwarzer Kaffee, außer ich gehe natürlich zu Starbucks, dann trinke ich natürlich auch noch gern so einen Special Kaffee. Aber das hat ja auch mit Latte Macchiato nichts zu tun. Du kommst ja immer so die Mischung da rein, was die da rein machen. Das schmeckt dann halt einfach nur noch siehst, sage ich mal. Ja. Und dann trinke ich es natürlich auch mit Mandel, also mit veganer Milch, weil ich kriege halt von normaler Milch einfach Bauchschmerzen. Ja, ich trinke immer Kokosnuss. Ja, also ich trinke eigentlich immer Mandel. Ja. Aber nee. Ja, ich sage mal so, wenn man selber nicht so gern Torte isst, aber was auch lustig ist, wegen der Jasse jetzt nochmal zurückzukommen, sie isst ja eigentlich voll gern Schokolade, aber beim Kuchen esst die Gaki-Schokolade, die mag nur Obst. Also zum Beispiel Himbeere, ja. Okay, da bin ich ja genau andersrum. Ja. Also voll witzig. Ich will ja immer schokoladelig oder so. Ja. Nee, also ich muss sagen, ich bin halt weg, ich ist Süßschnut, ist halt einfach so, und ich esse halt super gern auch so Torte und so Süßes, ne, was andere zu süß ist, ist mir, kommt mir gerade recht so auf die Art, aber ich kann jetzt natürlich an jedem Tag Kuchen essen, oder es gibt auch nicht jeden Tag Kuchen. Ich muss sagen, bei uns war es früher so, dass es wirklich jeden Samstag Kuchen gab, also meine Oma hat wirklich jeden Samstag krass viele Kuchen gebacken, auch für die ganze Familie, und es gab immer Kaffee um vier Uhr und Kuchen, aber heutzutage machen wir das gar nicht mehr. Wir treffen uns zwar und trinken eine Tasse Kaffee, aber keiner, ich weiß auch nicht, das hat keiner Lust zu essen, weil irgendwie verändert man sich im Alter, so blöd wie das klingt, ne, also mein Opa, der will gar keinen Kuchen mehr. Ich glaube, meine Tante wird schon als ein Stück Kuchen essen, aber wegen dem Endestück rentiert es sich halt nicht. Und Dama und ich wollen ja gefühlt sowieso immer abnehmen, oder das in irgendeinem Programm, ja. Und dann, ja, und vor allem, ich meine, du backst schon Kuchen, dann esst jeder Stück, und dann musst du den Kuchen auch irgendwie fertig essen, es ist ja zu schade, den wegzuschmeißen, und die ganze Kalorie brauchen wir dann halt wirklich nicht, wischö? Mhm. Deswegen backe ich halt auch tatsächlich gar nicht so oft, sondern wirklich nur, wenn so Anlässe sind, Ostre oder Geburtstag oder so, wo ich dann halt sage, du backe ich mal, und du backe ich dann aber auch mal gern, und wie gesagt, für mich, ich kann das dann halt auch wirklich abschalten, und ich backe halt auch wirklich gern die Sache dann von der Kiki, muss ich sagen. Kiki. Also egal. wie gesagt, also ich kenne mich so gar nicht aus, ich habe gar nicht, ganz ehrlich, ich habe noch nie nur Rezepte und so geguckt. Nö. Nö. Ja, und so Koche, guckst du nur so Kochrezepte, oder? Ja, aber da gucke ich immer bei so schnelle Rezepte, weißt du, aber da gucke ich bei so Fitnessinfluencer. Okay. Also ich muss sagen, ich finde bei, also ich mag die türkische Küche sehr gerne, muss ich sagen, und ich finde, durch die Kiki habe ich auch wirklich schon einige türkische Sachen gemacht, wo es super gut schmecken. Also wo ich mir vorher gar nicht zugetraut hätte, es zu machen, oder gar nicht gewusst hätte, wie das geht, zum Beispiel allein türkischer Reis, finde ich, schmeckt super lecker. Meine Mutter hat den früher auch als gemacht türkischer Reis, mit dem Iglofisch Bordolese, hat meine Mutter das immer gemacht, und das zum Beispiel sind so Sachen, die habe ich mir dann bei der Kiki angeguckt, oder dass ich halt einfach so Solo-Köfte habe ich schon gemacht, oder so dieses Shish-Kebab und so, und wie gesagt, ich esse halt wirklich türkisches Essen gerne, und finde es halt voll gut, weil anders, da würde ich so gar nicht wissen, wie man die Sache macht, wenn sie es nicht zeigen würde, oder auch nur so Börek oder so, also von daher gucke ich schon auch manchmal bei Rezepten, aber die hat auch so schnelle Küche, so One-Pot-Rezepte und so, hat sie ja auch manchmal, das habe ich auch schon gemacht, muss ich sagen. Das sind so Meissache. Ja. Faul. Faul, schnell, easy, lecker. Na gut, aber seit wir den Thermomix haben, ist wahrscheinlich eh nur noch zu 90% Thermomix-Rezepte, ne? Ja, aber ich habe schon letztens überlegt, wische, weil mich nervt das voll, dass da nicht immer Brockelbohnen oder sowas drin ist, wische, und dann, das ärgert mich voll. Sind du keine? Ne, ist nicht drin, gell? Ich habe noch nie geguckt. Ne. Ja, ich glaube, man könnte das 8 Uhr drin machen, nur ich wüsste jetzt nicht wie, um ehrlich zu sein. Wie man das macht, das wüsste ich jetzt nicht. Also ich glaube auch tatsächlich, das Thema an diese Gerätschaften ist generell, also jetzt nicht nur beim Thermomix generell, wenn man so teure Gerätschaften hat, finde ich, ist so das Thema, man bräuchte eigentlich viel mehr, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Einarbeitung, oder vielleicht, keine Ahnung, so eine Videoplattform, wo man einfach sieht, was man alles machen kann, weil es ist ja logisch, an diesem einen Tag, wo du das präsentiert kriegst, an niemandem dir alles erklärt, vor geschweige denn, könntest du alles aufnehmen. Und klar, man hat ja beim Thermomix dann noch mal so, wenn man möchte, noch mal so, wie heißt das, wie heißt das noch mal? Erlebnisabend? Ne, Erlebniskochen, glaube ich, gell, hieß das. Ja, Erlebniskochen. Ja, das hat man ja noch mal, aber selbst da reicht die Zeit nicht, um alles zu erklären, was man kann, finde ich jetzt, ne? Ja. Weil man kann ja tatsächlich, man könnte die Brockelbohne nur definitiv drin machen, aber ich wüsste jetzt halt nicht, wie. Zum Beispiel, ich war echt begeistert, ich habe letztens Semmelknödel im Thermomix gemacht, also im Varoma auch. Und ich war echt hoch begeistert, hätte ich nicht gedacht, dass es so easy geht und dass die auch so gut werden. Und zum Beispiel, die Groaz hat mir gestern erzählt, sie macht auch den Spargel im Varoma. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das voll gut wird, aber da müsste ich mir jetzt ein Spargelrezept raussuchen, um zu wissen, wie man den Spargel macht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich einfach nur den Spargel koche, wie ich meine. Und ich glaube, das ist halt oftmals, weil so gerätschaftet ist. Ja, ich habe, ich sage, ein Rezept ist irgendwas, so Nudeln mit Schafskäs und Nüsse und so und du kommst eigentlich Tomate noch dazu, aber ich nehme dann immer passierte ohne so ein bisschen Pasta oder so. ob in den Varoma hineinlege. Hörst du mich noch? Nee, gerade war es kurz weg. Ah, hörst du mich jetzt? Jetzt, ja, ja. Ja, nee, dann musst du das nämlich auch in den Varoma hineinlege und die Schlitze nebenan auflösen, weißt du, mit so Backfolie durch. Auf jeden Fall und das wird so geil und dann die Nudeln untermische und in der Zeit tut es von Oppe, also weißt du, der Schafskäs, der tut du gar nicht dann so für Brenner oder weißt dann so, weißt du, das wird Capri und nix, das wird so geil und mit deiner gehackten Nüsse und so sind da so Nüsse drin und so, so geiles Gericht. Aber es ist eher was für den Herbst. Obwohl, jetzt geht's, kann man ja jetzt essen noch. Muss ich demnächst mal wieder machen. Das ist geil. Das klingt gut. Ja. Das ist richtig geil, aber mir hätten sie ein bisschen abgeändert. Ja, das mache ich auch oft. Auch wenn ich Sachen nicht esse, dann mache ich die rein. Ja gut, weil ich esse ja keine Tomate, weißt du? Ja. Ajo. Ja, nee, das stimmt. Ja, also ich muss sagen, klar, wenn man so den Thermomix hat, dann halt die Kouridou, dann macht man halt schon ziemlich viel Dau raus. Aber wie du sagst, trotzdem gibt es für mich viele Sachen, wo ich jetzt von meiner Mutti wehe oder von meiner Oma, wie man die kocht, wo ich dann wirklich noch auf dem Herd koche. Also ich koche nicht alles aus dem Thermomix. Was ich machen kann, ehrlich gesagt, mache ich schon aus dem Thermomix, weil es einfach einfacher ist. Es ist easier, es geht schneller, du musst nicht neben mir dran stehen, du hast nicht so viel Geschirr. Ist einfach so. Aber wie gesagt, alles geht halt nicht. Wie du jetzt sagst, zum Beispiel, ich habe die grüne Kernmehl-Supp mit Marklösser gemacht, da habe ich zum Beispiel die Marklösser im Thermomix gemacht. Also die waren wirklich gut, aber die Suppe habe ich natürlich ganz klassisch gemacht, wirklich so richtig Rindfleisch-Supp gekocht, ne? Mhm. Also, auch um die Menge zu kriegen, ne? Weil die Riesemenge müsste ich dann halt aufteilen auf der Friend und der Thermomix und das ist dann manchmal auch blöd. Ja. Ja, aber so muss ich sagen, wie gesagt, also ich habe schon von der Kiki ab und an auch wirklich ein Rezept gemacht und ich habe aber auch gesehen, die Sally hat auch Koch, die hat auch ganze Kochbücher, also die hat auch coole Sachen, aber ich weiß auch nicht, irgendwie muss ich sagen, Kiki versus Sally, ich bin wirklich eher Team Kiki, muss ich sagen, aber gar nicht, dass ich was gegen die Sally habe, aber einfach, weil, weiß ich nicht, irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich zu der gekommen bin, um ehrlich zu sein, aber irgendwie bin ich auf jeden Fall bei ihr hängen geblieben und komme halt mit in der Sache super gut zurecht, wobei die Sally, wie gesagt, ist ach sympathisch, so ist es nicht und die macht auch gute Sachen, aber irgendwie, gut, das Einzige, was ich jetzt halt nicht so toll fand, war dieser ganze Gossip um Denne, ihr Scheidung, aber ich meine, da können Dio jetzt nichts dazu, dass da so riesen Fass aufgemacht wird, ich meine, bei Denne war es aber halt also, die waren gefühlt so ein Traumpaar schlechthin, die haben sich kennengelernt und war die Sally, glaube ich, 18 oder 19, und niemand hätte gedacht, dass sie sich jemals trennen und überhaupt und tralala und ja, dann wurde halt, sag ich, Maurice Fassow gemacht, weil der Murat halt auch gesagt hat, er hätte durch Social Media mitgekriegt, dass sich die Sally von ihm getrennt hat, also durch einen Post von ihr und war da jetzt auch in mehrere Shows und hat Interviews gegeben und also es gibt auch super viele Podcasts so dazu und Meinungsmache und der wurde dann in Talkshows sogar eingeladen und sie auch, oh mein Gott, also sie hat gesagt, sie äußert sich nicht dazu, er hat sich halt so geäußert in Talkshows und so, also, es war schon, es ist schon eine riesen Fass aufgemacht Woche, ne, um das ganze Thema und das finde ich dann halt immer ein bisschen schade, ich meine, im Gottes Willen, es ist normal, die stehen halt in der Öffentlichkeit, also in Anführungszeichen normal, die stehen in der Öffentlichkeit, wahrscheinlich normal, dass die Öffentlichkeit auch so Interesse dran hat, aber hat für mich halt mit dem Thema nichts mehr zu tun, weißt du? Ja. Also das ist mir dann zu viel, zu viel Gossip einfach, ne, also du gehst dann nämlich ums Backe und ums Koche und was noch nicht. XO, XO, Gossip Girl. Ja, genau. Ja, das stimmt. Aber ja, also ich muss sagen, deswegen, also ich bin eher Team Kiki, aber jetzt wie gesagt, gar nicht, dass ich das gar nicht mag, die Sally, ich habe auch wie gesagt den Adventskalender gehabt, ich habe auch einiges Geschirr von ihr, das Emalier-Geschirr ist super, weil wie du sagst, bei der Kiki ist halt alles Schwarz und Gold eher so Gehalte und ich mag halt lieber so das Türkis, ne, so wie du Rosa und die Sally hat halt die Sache einfach, ach und deine schöne Farbe und natürlich ist das dann halt eher mein Ding, wie jetzt, sag ich mal, was Schwarzes, ne. Ja, aber ja, ich sage mal so vom Preis her, ich habe es schon mal versucht, so ein bisschen zu vergleichen, ich könnte mähnen, dass die Sally etwas teurer ist in ihrer Sache, aber ich kann natürlich nicht sagen, ob die qualitativ dann besser ist wie die Kiki, das kann ich nicht so ganz sagen, müsste ich mal vergleichen, ich glaube, es ist auch nicht viel teurer, aber ich glaube zu meinen, dass ich es mal verglichen habe und ein paar Euro bei der Sally schon als teurer waren wie jetzt bei der Kiki, die Produkte. Aber wie gesagt, ich könnte mich jetzt nicht drauf festnageln, es ist natürlich auch qualitativ ein Unterschied, weil die Sally immer dann, wenn die ein Produkt rausgebracht hat, kannst du auch nur dazu ein Video sehen, wie das emaldige Geschirr in welchem Part von der Türkei hergestellt wird oder auch, wie wird ihren Honig, ihr Olivenöl, das siehst du da in einem Video, das sind in die Türkei geflogen, haben die Leute interviewt, haben die Felder gezeigt, die hat gesagt, welche Qualität das hat, die hat ja auch eine Kosmetiklinie zum Beispiel, hat sie auch, wo sie halt so mit Lavendelseife oder die hat dann so dieses Rosenwasserspray, wie dieses Fixingspray, was wir von MAC haben, das hat die so Rosenwasserspray quasi zum Fixen, die hat auch so, also in meinem Adventskalender war so Desinfektionsspray drin, also die hat auch schon auch einiges, was auch noch Rose duftet quasi. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die Serie hier ist, die Kosmetikserie, kann ich da gar nicht sagen, aber auf jeden Fall kannst du bei ihr halt sehen, dass sie halt für jedes Produkt nach, wo diese Gusseiserne Töpfe hergestellt werden, kannst du ja ein Video angucken, wo das in der Türkei hergestellt wird, welche Qualität, wie das gebrannt wird und und und, ne? Ja, das ist natürlich dann wieder qualitativ eventuell ein Unterschied. Bei der Kiki, sage ich mal, hat die, glaube ich, auch ein Video zu ihrer Haselnüsse, ne? Oder zu manchen Sachen hat die Aach-Videos, wo sie die Rohstoffe her hat, wo das produziert wird in der Türkei und so, aber halt nicht zu allem. Bei der Kiki gibt es halt wirklich zu fast jeder Serie so, ne? So Art Produktionsvideo, was natürlich, wie gesagt, auch qualitativ natürlich dann einen Unterschied macht, ist ja logisch, ne? Dass es dann halt einfach ein bisschen teurer ist, ne? Aber, ja. Die Frage ist halt dann, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht, ne? Wenn man jetzt, sag ich mal, wie du sagst, ich backe eh nicht viel, ich brauche jetzt einfach nur eine Backform, ja? Muss ich dann eine Backform kaufen für, weiß ich nicht, wie viel Euro oder reicht dann nicht die Zenger Backform, ne? Oder Kerne? Ja, also zum Beispiel, die Sache, die ich gekauft habe, das waren jetzt so Auflaufforme aus Keramik aber. Also die kann ich dann nennen für Brot, für alles, so. Ja. Weil zum Beispiel, Faltebrot mache ich dort drin. Ja. Ich habe auch schon die Brownies drin gemacht, Auflauf, also es ist halt voll geil, deswegen habe ich mir die genommen und ich habe sie jetzt in Eckig, die gibt es aber noch in Rund und in Orval und ich glaube noch in Tarte, also ich habe noch überlegt, ob ich mir das hole, aber da wollte ich erst mal warte, wie oft ich die Sache überhaupt benutze, weißt du? Und aktuell ist es so, dass ich es nicht unbedingt brauche, dann ist es halt eben Eckig bei mir und nicht rund, wenn ich was mache, dann ist es halt so. Ja. Genau, weil ich habe die Eckig in Klä und in Groß, ich glaube es gibt noch eine Mittlere, ich glaube die gibt es immer in drei Größe, ich bin mir nicht sicher, dann vielleicht hole ich mal nur noch die Mittlere oder so, dass ich in verschiedene Größe Sache mache kann oder so, aber ja, ob ich das jetzt wirklich alles brauche, also. Ja, das stimmt, ich meine doch wahrscheinlich nicht so viel Platz, ne? Du musst mal ja dann auch wieder rumgucken und Eckige Sache lassen, sich einfach besser verstaue wie Rundesache, das ist auch so. Deswegen habe ich die Eckige genommen. Ja, aber ich weiß, was du meinst, die Serie ist wirklich auch voll schön, du ist es halt aber schade, du ist ständig die Farbe ausverkauft, also Maifarb zum Beispiel nur davon, also es gäbe nicht so wirklich Maifarb, ich glaube es gibt so ein dunkleres Petrol, aber ich glaube selbst Stohr waren als die Formen dann ausverkauft, genau wie bei dem Emaillie-Geschirr, du hast nach viele Sachen oft ausverkauft, aber gut, dann ist es halt so, aber ich weiß, was ist. Ja, von deiner Backformen gibt es noch so kleine Dipschäle, die wollte ich noch. die wollte ich noch. Aber ich kriege, Angelo hat, seine Mutter, die wollte uns noch so rosanes Geschirr von Wilroy und Bosch, Boch, Boch hieß das, Wilroy und Boch, gäbe, da hat sie so Geschirr, da hat sie glaube ich vier oder sechs Teile, ich weiß jetzt gar nicht, aber dann die komplett, also vier oder sechs Mol komplett aber, das ist so rosa Korall, also passt super gut zu mir und da hat sie noch gesagt, weil sie tauscht das jetzt aus, sie hat sich das jetzt in so hellblau, blau gekauft und das Rosane kriege ich jetzt dann. Ach so. Voll geil, ja eher mit Deko, mit allem glaube ich, so weit wie sie erzählt hat, also voll geil, weil die ist voll schär, weil die kauft einmal alles, dass alles zusammenpasst, weißt du. Und die hat dann zu mir gesagt, ja wenn ich noch was will, soll ich ihr Bescheid sagen, weil die kann es mir dann besorgen, weil sie hat gesagt, weil sie kriegt Prozente, weißt du, bei sich. Ja. und weil das Villereuenboch ist, die kostet ja ein Deller schon 30 Euro, ein Essendeller und von der Kollektion, wenn es rosa und minder oder sowas ist, dann ist die immer teurer noch einmal. Aber so geil, also wirklich, also wenn ich das kriege, ja das stimmt, ja das kostet, das ist wirklich schön. Also so Villereuenboch-Geschirr kostet mehrere Deller. Ja und die hat ja die Tasse dazu, die hat ja die kleine Deller, die hat die Müsli-Schale, also immer, aber halt nur vier glaube ich oder sechs, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber selbst wenn es vier sind, geht man schon lange. Das ist so deures Geschirr. Ja, also ich sage mal so, meine Oma hat auch Villereuenboch-Kaffee-Geschirr, 24 Teile mit Kaffeekarn und allem und ich weiß gar nicht, ob die Rosenthal-Ess-Geschirr hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich weiß, dass es so teuer ist, ich muss aber dazu sagen, ich wollte mir nie so was kaffe, weil ich es bei meiner Oma erlebt habe, die hat sich wirklich, wie du immer so sagst, an der Kusch abgespart, also halt immer zu Geburtstagen so schenken lassen und dann musst du immer so super vorsichtig mit deiner Sache sein und wie gesagt, wie du sagst, da kostet ein Deller 30 Euro, also Ja, genau, aber du brauchst wieder ein Seckstück oder so, ja oder Die hat 24. Ja, genau. Wenn der Deller kaputt gegangen, dann musste ich ihr den No-Car für den Ludwig Safer, wer ist ich noch im Lade, also nicht, ich habe ihn kaputt gemacht, aber die hat mich gefragt, ob ich ihr den besorgen kann und ich habe mir halt gesagt, nee, also sowas kommt man nicht ins Haus, weil es geht auch nicht, also der Dommer ist für sowas zu grobmotorisch, ich bin selber schon ein grobmotorischer Typ, kann aber aufpassen, aber mit dem Dommer, ne. Ja, nee, also das packe ich dann, ach, das benutze ich dann nicht, weil es geht nicht mit dem. Ja, weil die will mir doch was Gutes tun, will mir das dann schenken, weil es rosa ist, weil sie selber vielleicht jetzt rosa gerade nicht mehr will oder so, ich weiß das nicht, oder das Blaue jetzt vielleicht schöner findet, aber hier ist es dann schneller kaputt, wie es so war dann. Ja. Deswegen, das stelle ich schon in den Keller. So schade, so lädt man es, ach, das hole ich dann immer mir oder so raus, aber, weil ich würde es an jeden Tag benutzen, aber das geht nicht. Nee. Also bei uns ging das auch nicht. Sah das so, wie es ist? Mein Ham, die Damm, die da ohne, äh, äh. Das letzte, sah wieder eine Tasse kaputt gegangen, ich weiß da nicht, also aus der Spülmaschine eine Tasse runtergefallen. Ich meine, toi, 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 das war jetzt wirklich keine schlimme Tasse, ne. Wie gesagt, ich kloppe gleich noch mal, weil du weißt schon, ich mit meiner Tasse bin ja acht oder so heilig, aber wie gesagt, das war jetzt wirklich so random Tasse, also es war nicht schlimm, aber trotzdem, ich freue mich, wie geht eine Tasse kaputt, ne. Hm. Aber ja, sowas, äh, passiert halt deswegen, nee, also Willeroyen-Boch, not for me, bei mir muss es günstig sein, weil sonst ist es schneller, wie du sagst, schneller kaputt, wie es do ist. Ja. Das bringt's da nicht. Nee, also dementsprechend, also ich meine, die Kiki und die Sally, die haben ja auch Geschirr und Besteck, weil das wollte ich dir noch sagen, ich glaube, die Sally hat sogar rosé-goldnes Besteck, wenn mich nicht alles täuscht, ich hab das schon gesehen. Echt? Ja, die hat rosé-goldnes Besteck. Ja, ich muss mal gucken, ich hab da jetzt von Echtwerk wieder eins gesehen, das werde ich mir jetzt gerade bestellen, das ist runtergesetzt auf 90 Euro, das langt. Ja, also, das gäbe es echt, also, wie gesagt, also bei der gab es rosé-goldnes Geschirr, die Kiki zum Beispiel hatte schwarzes Geschirr oder goldenes Geschirr. Äh, Besteck, sorry, nicht Geschirr, Besteck, wo die drin hat. Aber ich muss halt sagen, was mir daran nicht gefällt ist, ich meine, das ist wieder was für dich, du hast so ganz dünn, weißt du, so ganz filigral, ist der Griff, weißt du, so gemacht, so ganz dünn und schlank und so und das gefällt mir nicht, so Sachen, das ist mir, ne, ich mag lieber so grobe Sachen, so und, ähm, aber es wäre halt genau was für dich, ne, du bist ja so, alles voll und so, ne, Ete-Petete. Ja, das würde auf jeden Fall passen zu dir. Ja, also ich meine, egal wie es ist, alle beide haben sich ein riesiges Imperium aufgebaut, das muss man einfach sagen, ne, also man kann wirklich vor beide den Hut ziehen, was die geschaffen haben und ich finde, die bringen auch definitiv positive Content in die Welt, äh, mit dem, was sie machen und, also ich finde, beide bringen dann absolute Mehrwerten, das sind beides Leute, denen man folgen kann und wo man auch wirklich absolut die Rezepte nachbacke und koche kann, auch wenn man Ahrfänger ist, kann man das hinkriegen und die kann man definitiv beide unterstützt. Das ist so für mich das Fazit von Sally versus Kiki. Jetzt rein aus meiner Erzählung, was würdest du sagen, was hat dir jetzt mehr zugesagt an Typ, Person? Ja, also ich bin, ja, also ich würde, muss sagen, ich habe ja wahrscheinlich auch schon mehr Sachen von der Kiki probiert. Ja, das stimmt. Also essenstechnisch ist das schon sehr, sehr lecker, weil ich habe die schon öfter bei der Jandy-Kuchen und so gegessen, Torten, ja, kann man das Torten nennen? Ja, doch, war eine Art Torte dabei. Ja, aber ich war dann immer so, ne, ich war dann die, wo nur so schmal das Ding so gegessen hat, weil es waren dann solche Torte gefühlt, ja. Ähm, ja, also es schmeckt schon gut. Vom Shop her kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber ich war nur online und so gefällt mir tatsächlich doch, dass Sally ihre Sache besser, weil einfach mehr für mich ist, farbtechnisch. Ob das ja nachher jetzt besser ist oder schlechter, kann ich, wie du sagst, auch nicht beurteilen, aber du hast ja beides, oder? Ah, nee, du hast nichts von der Sally. Doch, ich habe von der Sally, also das Emaille-Geschirr. jetzt durch die Kalender und das Emaille-Geschirr. Nee, das Emaille-Geschirr, ja. Ja, okay, gut, nee, aber ich weiß es jetzt, ich kann es jetzt so gar nicht sagen und dann sage ich jetzt mal, ob ein Teigschaber A oder ein Teigschaber B, weiß ich jetzt nicht, weil du hast ja auch Teigschaber in Schwarz, wo ich schon sehr, wo Kui-Ki-Kruf steht. Ja. Ob so jetzt ein großer Unterschied zu der Sally ihre Teigschaber ist, glaube ich jetzt nicht, will ich es so, also, hm. Und gut, dieses Ramadan-Gedings, so, das ist so das, was dich ausspricht. Ja. Teilweise, das ist halt was, da kann ich mich halt nicht so wirklich mit dir identifizieren, deswegen, aber allgemein, dieses Koche, Backe, bin ich raus. Ja. So. Ich lasse mich gerne bei Backe von der Frau, äh, Ambruch Zolditsch. Ja. Der schmeckt immer fantastisch, aber ansonsten, ah, nee, also. Ja, ich sage mal so, die Sally zum Beispiel hat halt, zum Beispiel die Kiki hat halt wirklich diesen Teigschaber nur in Schwarz, zum Beispiel Schwarz-Gold, so ihr Farbthema. Und bei Sally, du kriegst schon dieses Kunststoff, also die hat auch, also das ist auch schon wieder kein Kunststoff, die hat so Material, was feuerfest ist. Also du hast quasi auch so einen Kochlöffel aus diesem Material und auch so einen Teigschaber und auch so Pfannewänder, aber das ist irgendwie so ein feuerfestes Kunststoffmaterial, komisch nett, wie das heißt, ja. Und die hat es halt in Pink, also du kannst in Pink-Karfe und in Schwarz auf jeden Fall, aber ich hatte auch irgendwie einen Kochlöffel in Rot jetzt drin, das war mir ganz neu, weil wenn du bei der in den Shop gehst, siehst du eigentlich die Sache, die aus diesem Kunststoff sind, da habe ich auch so faltbare, ähm, äh, wie heißt das, ähm, Siebe, weißt du, so Nudelsieb, so wo du so abgießetuchst, habe ich so, zusammenklappen, solche habe ich in Pink von der Sally, ne, weil zum Beispiel die Tischler, da habe ich Mare überlegt, ob ich mir die holen soll, weil die ja zusammenfaltbar sind, sind sie für mich optimal, aber das Pink ist mir too much. Ja, das ist auch too much. Weil ich so Neon-Pink, ja, ich habe es tatsächlich wegen dem Faltbare halt genommen, ne, und die Sache, wie gesagt, also Pink und Schwarz hast du halt bei der gekriegt, und bei der Kiki, wie gesagt, ist halt alles Schwarz-Gold mittlerweile, ne, wobei, die hat auch ein paar Schüssel in so einer Art Türkis gehabt, die habe ich auch, also die sind mega, ich liebe diese Schüssel, aber die hat ja gar nicht mehr im Sortiment, also da habe ich echt drei verschiedene Größe, die benutze ich auch fast täglich fürs Essen und habe da auch wie so eine Soße, so, ja, so Schüssel, wo so ein Ausgießrichter drei ist davon, also die Sache waren richtig gut, aber das war nicht so ihr Standardfarbe, also ihr Standardfarbe sind tatsächlich Schwarz-Gold. Gold, ja. Das ist eher so. Das habe ich gesehen, auch auf ihrer Seite. Ja. Viele schwarz-goldene Dinge. Und das ist halt gar nicht meins. Muss ich halt ganz ehrlich sagen, also Gold, da bin ich komplett raus. Also dann schon eher noch Silber wie Gold. Also von mir aus noch Rosé-Gold, aber eigentlich ist das halt alles gar nicht meins. Meins ist eher halt Weiß und dann halt Türkis. Ich meine, Weiß passt halt zu allem, aber so dieses Gold. Ja, also bei Gold bin ich jetzt auch raus. Ich habe auch noch so ein paar Goldene Sachen oder so, aber das sind dann so einzelne Stücke, das fällt dann so zwischendrin nicht auf. aber ich bin auch eher so, also Weiß-Rosa, Rosé-Gold-Beige. Ja, ich muss dazu sagen, ich finde, Gold sieht auch schnell billig aus. Ne? Also das so, ich kann das nicht erklären, so kuschelig, so billig, so, das ist nicht meins. Überhaupt nicht. Also Silber dann auch eher sage ich, Mo, ne? Ja, da bin ich komplett raus. Wobei das auch nicht meins ist. Also ich bin dann eher bei Gold. Ja. Ne. Also ich... Aber Silber mag ich gar nicht und ich finde auch ganz schlimm silbernes Besteck. Ich finde das so hässlich. Ehrlich? Ja. Das ist doch klassisch. Deswegen, und das, was ich so gesehen, ja, deswegen bin ich klassisch. Ne. Ich bin extra. Ja, das stimmt. Ja, ne, und deswegen will ich unbedingt rosé-goldenes Besteck und es passt dann halt gut mit meinem weißen Tisch, rosa Nadella, rosé-goldenes Besteck. Beautiful. Ja, ich habe so Besteck-Mo gehabt, das war, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, schon früher, da gab es doch manchmal Besteck mit so Plastikgriffe und ich hatte mal ernst, das war Türkis mit weißen Punkten aus Plastik und da hat er halt so lange rumgemacht, bis alle kaputt waren. Also es war halt wirklich auch so billig Besteck, aus dem Supermarkt. Aber mir hat es halt gefallen wegen dem Türkis und so für jeden Tag fand ich es halt ganz cool. Also mittlerweile gibt es so dazu nur noch ein paar Teelöffel, glaube ich, weil der Dommer hat echt alles gelünscht. Also er hat dann immer so den Griff in der Hand und ja. Ja, aber eigentlich bei mir mit meinem minimalistischen Stil, ich bin nämlich heute wieder ganz extrem im Wegschmeiß-Modus gewesen. Es ist wieder einiges geflogen heute. Alter Schwede. Ja, sonst werde ich das ja nicht leer, du hinne. Auf jeden Fall, da flieh da noch einiges. Ich bin bereit. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen. Ja, ich kann, ich will das auch gar nicht mal mit so von Wege verjeten da und dann vergut und so. Das kenne ich noch von mir von meinen Eltern früher oder von meiner Mutter. Ich hasse das. Was für gut. Wenn du mal in dem Europa schon gut gehabt. Also lieber habe ich dann mal das, also wirklich so. Also was ich jetzt verstehe, ist so Weihnachtsgescheh oder so, das kann ich noch nachvollziehen, aber für alles andere ist es bei mir scheißegal. Ja, das stimmt. Bin ich, bin ich einfach so, dass ich sage, wenn es kaputt ist, ist es kaputt, dann muss ich mal was Neues holen, dann ist es so. Aber ich habe es doch nicht gekauft, damit ich es dann daheim stehen habe. Ja, das stimmt. Also das ist halt mein Ding, wenn du jeder, ne, du bist so, ah, jeder andere ist alles gut. Nee, das sehe ich genauso. Also mittlerweile, weil ich kenne es aber nur, weil das bei meinen Eltern immer so war, das hat mich immer so genervt. Ja, bei uns war, ach so, geschärfer gut, es gab ein Werktagsgeschär und ein Gutgeschär und es gab aber auch Werktagsklamotten und Sonntagsklamotten. Beim Jahr. Und das Ding ist halt, die Sonntagsklamotten, die hat meine Oma halt so selten auch gehabt, dass sie zum Teil dann einfach schon aus der Mode waren und sie hat es vielleicht drei Mal auch gehabt, ne. Und deswegen habe ich halt gesagt, bei mir gibt es nicht vergut, weißt du, also wie du sagst, ne. Also für mich ist es auch für jeden Tag, um Gottes Wille, ähm, ja. Also das sehe ich genauso wie du im Endeffekt. Aber ich muss halt dazu sagen, ich bin jetzt was geschirr und sowas angeht, du nicht irgendwie ein Markefreak oder so, also ich bin ehrlich, ich kann auch, wenn ich durch den Teddy gehe und sehe im Teddy einen Kure Container, der mir gefällt in meiner Farbe und dann kauf ich den nach, das ist für mich dann auch, wie man im Pelzisch ist sagt, ich schieße gut genug, ne. Ah ja. Also ich brauche doch jetzt keine, was weiß ich, Tupper, Wuppe, Willeroy und Boch und WMF und was es alles gibt, ne. Also muss nicht sein, ich meine, klar. Also jetzt so in meinem Fall, wenn ich geschenke die, ne. Ja, geschenke Gaul, ne. Guckt mal nicht ins Maul, wo wir wieder beim Pelzischen sind. Ne, aber ich sage mal so, wenn es jetzt irgendwie so ein Artikel ist, wie zum Beispiel, okay, die KitchenAid möchte ich nicht missen, weil die ist halt wirklich schon qualitativ gut, die erfüllt definitiv den Zweck, aber ich muss dazu sagen, ich habe hier auch keinen Vergleich, außer diese komische Rührmaschine, wo du mit der Hand noch die Schüssel aus dem Müssen drehen. Ich glaube, Mastlupe ist alles besser wie die. Aber ich sage mal so, ja, also wenn ich jetzt irgendwie vielleicht eine Pfanne, ja, so gut die Pfanne oder ein guter Topf, ist die schon was wert. Aber das muss kein Topf für 300 Euro sein von Le Creuset oder wie das heisst, ja. Le Creuset, ja, das war auch bei der Anschluss das A. Ja, also das muss jetzt nicht sein, es reicht für mich dann auch ein guter Edelstahltopf, ne. Keine Ahnung, auch so treue Aktion vom Kaufland bei mir, meistens vom Team Elsa oder so dann, ja. Oder manchmal haben die auch WMF, ne. Aber das reicht für mich dann auch. Ähm, aber ja, ich sage mal so, ich muss jetzt nicht so immer voll die teure Sache und so, aber es heisst auch nicht immer, dass teuer gut ist, ne. Ne. Also A, überhaupt gar nicht. Aber, ähm, ja, wie du sagst, nicht vergut, da fange ich erst gar nicht auf. Also wir haben Sachen zum Benutzen, wenn sie kaputt sind, sind sie halt kaputt, dann ist es halt so. Aber ich habe jetzt nicht noch Platz für Vergutsache hinzustellen, weil ich habe schon genug so Sachen, wenn ich jetzt noch A fange, den vergut, dann wäre ganz vorbei. das kennst du komplett. Abhoge. Also, dann muss ich A abbaue, dass ich noch Platz finde für meine Sache. Weil ich bin nämlich dann genau das andere rum wie du. Also, nicht minimalistisch, sondern dann, äh, als mehr Reune. Ja gut, aber das ist, weil du halt mehr Platz hast als ich. Also bei mir geht es ja gar nicht. Er drückt mich dann irgendwann und kriege ich einen Ausreicht. Und momentan bin ich so, dass ich gefühlt hier gar nichts mehr stehen haben will. Ah ja, weil es halt cleaner aussieht. Ja, nee, alles, ich will, ich, ja, also zum Beispiel meine Fensterbank, da stehen nur noch die drei Äppel und das rosa Kästchen, fertig. Ich sage, einfacher zum Saubermachen, es ist so. Ja, aber das ist, weil ich aktuell so wirklich oh, flippy bin und ich will alles nur noch clean und wenig und so wenig wie möglich. Warum auch immer. Ja, also ich muss dazu sagen, ich mag das eigentlich auch nicht, wenn alles so voll ist und alles los so rum. Ja, ich mag es eigentlich nicht. Jenny, du magst es nicht, aber du hast so viel. Ja, nee, das Ding ist. Oder nicht viel, sondern ich meine halt so, wie zum Beispiel die grüne, die grüne Stiel. Dann hat sie die entdeckt, hupzack, zwölf Stiele kauft. So schnell konnte man gar nicht gucken. Ja, okay, gut, die Stiele sind ja hier fürs Büro als Konferenzraum. Ja, aber trotzdem, das war halt so witzig, weißt du, weil du bist ja dann halt einmal so schnell, bevor du das erzählt hast, da sind sie schon dreimal bezahlt, also weißt du, schon dreimal Eugelat, da waren die schon aufgebaut. Ja, das stimmt. Nee, also prinzipiell, ich habe zu viel Kram, aber eigentlich mag ich das auch nicht, wenn die Fläche so voll sind. Also ich mag das schon arg, wenn alles in Schränken, zum Beispiel so Parfüm, das steht bei mir nicht rum, das ist bei mir ein Schubblatt zu weg, ja, dass das nicht Ei starbt und so, aber trotzdem ist es halt irgendwie zu viel Kram und trotzdem artet es dann halt aus. Also ich meine, ich habe hier mein Schampes Regal auf jeden Fall und das ist auch zu mit meiner Tiffany-Tüte, das ist halt einfach so. Ich habe auch über Lade viel Weihnachts- und Osterdeko, muss ich auch zugeben, aber wenn ich die Osterdeko jetzt die Woche wegrahm, dann ist der Schrank leer. Also so normale Deko an sich, auf diesem Schrank zumindest, habe ich jetzt nicht. Aber ja, ich tendiere trotzdem eher zum Überfüllten. Meine Mutter hat früher immer zu mir gesagt, deine Zimmer sieht aus wie eine Kaufhaus. Aber du musst mal zu der Regie, also die ist definitiv noch schlimmer. Du musst dir mal warte, wenn ich fertig bin mit meiner Sache, wo ich das ja auch alles so etikettiere und so. Ja. Wenn ich dann fertig bin, dann mache ich mal Video und so und dann, ach Gott, das dauert aber noch ein Jahr. Und dann schicke ich es dir und dann kann sie mal gucken, weil das sieht dann wirklich aus wie aus einem Kaufhaus. Ja. I love it. Ich freue mich schon voll, wenn es so weit ist. Also zum Beispiel dieses Etikettiere. Du hast die Sally auch ein Video dazu, wo sie die ganze Küche organisiert und strukturiert mit so Kästchen im Kühlschrank und so beschriftet alles und wo die das dann hier räumt. Du kannst da mehrere Videos auch gucken, wo was stehen soll, dass es praktisch ist und so. Ja. Also die hat jetzt, glaube ich, letztens habe ich gerade von ihr gesehen, du hast sie ihr Küche neu gemacht und du hast sie auch wieder umgeräumt und hast dann so gesagt, irgendwie, guck mal, wie praktisch das jetzt ist. Jetzt habe ich mir sie gerade so runtergreifen und da ist es. Früher hätte ich müssen da und da hingehen. Also die räumen da auch anscheinend mehrmals die Küche um und aus und weiß ich nicht was. Also bei der kannst du dir auch so ein Video angucken. Zum Beispiel das gibt es bei der Kiki nicht. Also die Kiki bringt auf YouTube wirklich reine Back- und Kochvideos raus. Also selten, ich glaube, ich habe noch nie einen Vlog von der Kiki gesehen. Klar, du kriegst über Social Media halt mit, was die so zum Teil machen. Aber dass die so einen richtigen Vlog gedreht hat, glaube ich nicht. Die Sally auch nicht, aber die Sally hat halt auch so andere Themenvideos. Weißt du, die hat dann so Video gebastelt. Kitchen, also so Küche-Organizing. Genau, du organisiert sie dann die Küche. Dann hatte die eine Serie, das wäre was für dich gewesen, die hieß Pimp My Kitchen. Da hat die Leute ausgesucht, denn da hat die komplett in eine neue Küche hineingestellt. Mit Geschirr, mit allem. Wirklich, ne? Also wirklich krass, muss ich mal gucken. Richtig schön. Ach, da war die bei so einem bekannten Rapper, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hier ist. Eco Fresh, kann das sein? Mhm. Ich glaube, bei dem war die und hat dem die Küche gemacht. Also hat die dann auch Lebensmittel eingekauft und so. Also das war auch richtig cool. Und die hat auch so, ähm, wie nennt man das, so Charity-Sache. Also zum Beispiel, die tut bei ihnen Kindergärte, ich glaube, Emma Muir tut sie im Kindergarten die Küche erneuern, neue Küche hineinbaue und auch mit Lebensmitteln und so dann. Also, die hat halt auch solche Videos, ne? Also wie gesagt, keine Vlogs, aber halt auch so, halt bei irgendeinem Video baut sie auch ein Regal oder sowas, ne? So DIY, oder wie nennt sich das? Ja, DIY. Mhm. So Videos macht die auch manchmal. Also nicht nur reinbacke und koche. Gärtner-Videos gibt es auch viele von Murat. Wo der halt so Gärtner hat und erklärt, wie man Blume abpflanzt und so. Also das ist jetzt bei der Kiki halt weggeschneuern, kochen und backe. Mhm. Aber finde ich auch nicht schlecht bei der Sally, ne? Ich meine, so Kücheorganisation kann auch nicht jeder sich so strukturieren und organisieren, ne? Ich sehe es, ja. Also, das ist wirklich, bist du dumm oder alt? Das ist egal wo. Selbst wenn ich das jetzt bei dir mache, wo du auch für dich eine Ordnung hast und du jetzt vielleicht jetzt nicht so gleich wie bei mir, bist du das alles durchstrukturiert hast, geklebt hast, die Gläser ausgewäschert, wieder getauscht hast, weißt du, so aufgefüllt. Weißt du, was ich meine? Deine Vorratsgläser und alles. Das ist so Prozedur und es ist alles eure, immer wieder raus, ab, auswäscher, weißt du, also, oh, auch Schaletten da. Das stimmt. Das ist schon hart, deswegen muss man diese Ordnung dann auch hegen und pflegen. Ja, das stimmt. Wenn sie einmal da ist. Das stimmt, ja. Weil es übelst, die Arbeit. Ja, das stimmt. Vor allem jetzt wie bei uns, wo schon die Kirche so eurem, denn wenn du jetzt frisch oizig und planschst jetzt gleich im Kopf alles richtig, dann ja. Ja, das stimmt. Aber so jetzt wie bei uns, dass da jetzt schon alles do ist, wir müssen das jetzt nochmal machen, dann. Aber so viel wie du jetzt wegschmeißet, du bleibst wahrscheinlich eh nämlich viel überisch. Wenn du alles wegrationalisiert wirst. Aber der ganze rosa an der Sache schmeiß ich nicht fort, oder? Was schmeiß ich nicht fort? Du hast doch glaube ich auch so rosane Sandwich-Toaster oder Waffeleiser oder so Geschichte. das schmeiß ich nicht weg. Ich wollte gerade sagen, ich meine, benutze tut man das auch nicht oft zur Sache, aber das kann man nicht wegschmeißen. Ja, nee, das schmeißt ich nicht weg, weil es rosa ist. Das gebe ich jetzt sowieso nicht her. Nee, nee. Wir sind gespannt, wir können... Zu Weihnachten wünsche ich mir noch einen Smack-Toaster, du den rosane und den Smack-Ding. Ja. Was ist das Ding? Wasserkocher. Ah, gibt es das in rosa, ja? Als Set 250 Euro, glaube ich, zusammen. Uh. Ja, die wollte es noch bei der Lucida absterben, aber ich glaube, das gibt es dann nicht her. Ah, hat die das? Ah. Dann hat er gesagt, ah ja, wenn du ihr das rosa in der Geschirr gibst, da habe ich mir gedacht, nicht überhaupt, was das kostet, sei still. Ja, aber das ist ja ein Mann, das wisst ja nicht, dass das so teuer ist, das habe ich mir dann nur erzählt, ja. Ähm, oder weiß er schon gar nicht mehr. Und ich glaube, da weiß er nicht, dass die Toaster so teuer sind und so. Na, auf jeden Fall, weil er hat gesagt, ja, aber dann passt es, dann hat sie auch noch das zusammen, will ich es so. Weil es wird jetzt auch zu meinem, ach, wenn jetzt mein Kühlschrank nett von Smack ist, aber es ist, glaube ich, ein Tick Anarifab, rosa, ist ja logisch, weil dieses Smack, die haben Cadillac Pink. Ich glaube, es ist auch genau das Cadillac Pink, was auf dem Auto damals war. Mhm, ja. Ja, und das, mein Kühlschrank ist, glaube ich, jetzt nicht Cadillac Pink, aber. Ist trotzdem cool, ja. Trotzdem, ich hätte schon so gerne, da würde ich mir ja wirklich das Handrührgerät kaufen, ob ich das brauche oder nicht, Hauptsache, ich habe das so als Ersatzwische, wenn der Thermomix mal kaputt geht oder mal ne Mido ist. Ja, die Jenny, also Köhler, die hat sich das alles, auch von Smack alles geholt in Cremefarben, glaube ich, weil, du gab es aber bei Edeka oder so, so eine treue Aktion, du konntest Punkte sammeln und dir das hole und heute dann ist ihr, glaube ich, das Let'schur alles zu Weihnachten geholt, also alles weg, ich Toaster, Wasserkocher, wie hieß das, dieser? Pürierstab. Pürierstab, ich glaube, sogar Töpfe hatten die noch, so kleine, was weiß dann ich, aber natürlich nicht in rosa, ne? Die hatten dann mehr Creme oder Schwarz, ne? Ja, die Sache, wo vielleicht sich nicht so oft verkaufen. Ja. Genau. Aber ja, ich bin gespannt, wann du fertig bist, dann könnte ich hier mal bei dir eine Roomtour machen. Charlize, eine Roomtour. Aber ich glaube, da können wir noch ein bisschen warten, bis das machbar ist. Oh ja. Ja, aber ich würde sagen, auf jeden Fall, wir haben jetzt auch lange genug gequatscht, gell? Movide. Also, Fazit von, ja, Fazit von Sally versus Kiki ist einfach, ich bin eher Team Kiki, aber wie gesagt, gar nicht bös gemeint, man kann ohne Probleme, beide Folge, beide Sachen kochen und backe, das sind ganz tolle Rezepte, ganz tolle Persönlichkeiten. Ich bin Fan von irgendwo, ach, von beide, aber ich bin halt so ein bisschen mehr Kiki, warum auch immer. Irgendwie habe ich von ihr gefühlt, schon bestimmt 100 Kuri gebacke und es ist gar nicht Muggeloge. Also, dementsprechend, ja, das ist so meine Meinung. Ich habe, glaube ich, bestimmt allein schon 50 verschiedene Kuri-Guess von dir. Ja. 20, 5, doch? Ja, ich habe meistens schon pro Geburtstag. 30 Stück bestimmt, ja. Ja, pro Geburtstag sind es schon so 3 bis 5 verschiedene neue Kuri-Guesen, ja, kann schon sein. Ja, und die Shalima, was war dein Fazit? Ja, eher Sally, aber eher wegen... Nee, ich bin eher, ich bin eher Team, ähm, lass mich, ich lass mich bebacken von der Jenny. Ja, das stimmt. Egal, egal was sie bringt, es wird auf jeden Fall gegessen. Ja, das stimmt. Und schmeckt immer gut. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall, es war wieder schön mit euch, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst bitte einen Daumen nach oben, da einen Abo, vor allem Abo, ganz wichtig, und gerne auch einen Kommentar, wir gehen auch auf die Fragen ein, und wir hören und sehen uns nächste Woche. Tschüssi!